Herzlich willkommen zu einem weiteren Altcoin-Update-Video. Wir schauen uns heute Filecoin ein bisschen genauer an. Das war auch ein Coin, den ihr euch gewünscht habt, den ihr euch sogar sehr, sehr oft wünscht, wobei ich es nicht verstehe. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ihr so scharf auf Filecoin seid. Ja, wir werden weiterhin die ganzen Altcoin-Wünsche von euch abklappern, einen nach dem anderen immer mal wieder. Vor allem, weil sich momentan oder in Zukunft nochmal gute Einstiegspreise geben könnten. Denn bevor wir jedoch starten, ganz wichtig, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Filecoin oder andere Coins kaufen, traden oder sonstiges machen wollt oder auch staken, könnt ihr das gerne bei meinem Partner Bingix. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr euch ein paar Boni abgreifen und unterstützt dann gleichzeitig auch noch mich. Ja, schauen wir an. Momentan traden wir bei 3 Dollar und 66 US-Dollar-Cent. Es gab auch hier wenig Bewegung. Wir hatten wie bei fast allen Altcoins hier unseren Run im April, also Anfang des Jahres, diesen Run auf knapp hier 12 Dollar. Seitdem haben wir aber auch einen kompletten Abverkauf gesehen. In der Spitze ging es hier 75% oder knapp 76% nach unten. Mittlerweile leichte Erholung auf 70% Korrektur. Das ist schon heftig, wenn man darüber nachdenkt, dass Bitcoin eigentlich nur 20% oder wenn überhaupt 20% unter seinem All-Time-High-Trade ist, sind wir hier deutlich, deutlich abgestürzt. Trotzdem, Filecoin immer mal wieder ein Coin, der sich sehr, sehr stark erholt und vor allem auch dann seine Prozente liefert. Und wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, ist bei Filecoin immer so ein bisschen dieser Bereich um die 4,80 bis knapp 5 US-Dollar die Marke, die es zu brechen gilt. Seitdem, wir hatten hier starken Support in der Vergangenheit im Juni 2022, wo wir hier unser Tief hatten, daraufhin immer wieder hier rumgebounced, bis es dann da runter ging und dann gingen eben diese Akkumulationsphasen durch. Und in dieser befinden wir uns gerade und es erinnert mich immer wieder gerne an Chainlink. Ewig lange Akkumulationsphasen hier zwischen 3 und 5 Dollar und wenn dann das Breakout kommt, dann ging es flott und dann auch sehr rasant. Das sehen wir hier immer wieder im Vergleich im Juli 2022, dann hatten wir das gleiche noch im Februar 2023, hier nochmal im Dezember 2023 und dann natürlich auch im März bzw. April dann des diesjährigen Jahres auf jeden Fall. Also immer wieder diese starken Pumps, deswegen ist Filecoin bei euch wahrscheinlich auch so beliebt, weil wir eben immer diese starken Preissprünge sehen. Für mich wichtigste Zonen derzeit zum Akkumulieren eben diese 3 Dollar Marke, wir haben hier unten noch einen größeren Wig und dann unser Low bei 2,40 Dollar. Das sind so die Akkumulationszonen. Wem das alles, sage ich mal so, oder der nicht mehr warten möchte, bietet sich natürlich jetzt schon so einen Anstieg an um 25%, wenn man hier eine Position eröffnen möchte bzw. Spot kaufen würde 25%, die nächsten dann hier unten bei 3 Dollar bzw. 2,70 Dollar und dann nochmal so ab 2,45 Dollar. Das sind so die Kaufzonen, die ich jetzt mal hier erörtert habe, die sich aufgrund der Vergangenheit natürlich sehr, sehr gut eignen, um hier zu akkumulieren und dann für einen potenziellen Bullrun auch hier einzukaufen. Sobald wir hier nämlich die Marke von 5 Dollar brechen sollten, sollte es hier einen ordentlichen Schub nach oben geben. Wir ziehen uns hier noch das ganz kurze FIP-Level mal von unserem High im April bis zu unserem Low derzeit. Da sehen wir auch, okay, Marke wäre dann so ungefähr 8,40 Dollar, wäre ungefähr 1x bzw. ein bisschen mehr, was man hier machen könnte. Das wäre auch so das grobe Ziel, weil wir hier noch eine Ineffizienz liegen haben, würde sich also gut eignen. Übergeordnet, also das heißt für einen potenziellen Bullrun muss ich hier aber ein bisschen pessimistischer sein. Ihr seht hier, unsere Highs sind sehr, sehr weit oben bei 236 Dollar. Ob wir das jemals wieder sehen werden, wage ich zu bezweifeln. Deswegen bin ich hier deutlich pessimistischer und sehe hier für einen potenziellen wirklich Altcoin-Season oder Bullrun wirklich nur so im Preisbereich um 48 US-Dollar. Alles, was darüber kommt, wenn wir die 48 mal wirklich brechen bzw. 60 US-Dollar, wäre der nächste Step die 120 US-Dollar und dann das Golden Pocket. Aber das All-Time-High hier auszurufen bzw. das FIP-Level dann noch weiter nach oben zu ziehen und dann zu sagen, boah, wir gehen hier locker auf 380, macht überhaupt keinen Sinn. Bei dieser Performance, der Coin sieht auf den größeren Timeframes und so sieht man einfach komplett tot aus. Aber es ergeben sich hier Chancen, viele sind Fans, viele verfolgen das Projekt. Also Möglichkeiten sind genug da. Ich möchte gerne mal eure Meinung dazu wissen, was ihr davon sagt. Das sind meine potenziellen Einstiegszonen. Trade-technisch würde ich hier momentan die Finger lassen, weil wir keine Altcoin-Season haben. Gerne eure Meinung und in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Kurz und knapp, Einstiegszonen, Trade, würde ich hier momentan die Finger einfach von lassen, bis wir eine richtige Altcoin-Season haben. Das war es von mir. Wünscht euch gerne weiterhin Altcoins und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns bzw. sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.